moin liebe freunde nach deutschland t-1 morgen ist race day um 6 uhr 10 soll es losgehen hoffentlich hier beim armen südafrika denn es gibt momentan noch so ein bisschen unsicherheiten wegen des wetters vor allem wegen des windes also es wird sonnig und warm so viel wissen wir vielleicht kommt ein kleines bisschen regen am nachmittag aber es wird sehr windig und das hat hier je nach windrichtung ordentlich auswirkungen auf die brandung und wir wissen noch nicht ob wir morgen 700 meter schwimmen 1900 meter schwimmen die 3,8 kilometer für die wir alle angereist sind oder vielleicht auch gar nicht schwimmen es ist alles offen das wird auch erst morgen früh verkündet eigentlich soll der rolling star für uns agegrouper um 6 uhr 10 losgehen es kann aber auch sein dass wir noch ein stündchen warten müssen um dann per rolling start auf die radstrecke zu gehen wenn das schwimmen ganz ausfällt da ja hoffen wir mal dass es nicht passiert ich habe bock die volle strecke in angriff zu nehmen alle anderen mit denen ich gesprochen habe auch aber safety first und das betrifft hier nicht die haie sondern vor allem die wellen auch wenn ich so ein bisschen stutzig geworden bin dass es bei den großen wendepojen auch kleine geben soll mit shark shields so hieß es in der wettkampfbesprechung ich habe das mal nicht hinterfragt was das bedeutet ja also wir gehen morgen ins rennen und viele von euch haben mir noch mal nachrichten geschickt erzähl doch noch mal was zu deiner ernährungsstrategie ein großes thema was alle beschäftigt ich erzähle euch also so ein bisschen was was ich diese woche hier gemacht habe sowohl im thema ernährung als auch im zum thema training ich bin hier am dienstag angereist montag abgeflogen hatte drei ruhe tage weil es ein kleines bisschen angenockt war übers wochenende also nicht mehr groß trainiert meine letzte schwimmeinheit und überhaupt trainingseinheit war eine 12 ich glaube 12 mal 200 meter session im geplanten wettkampftempo im hallenbad auf der 25 meter bahn ohne neo und danach wie gesagt drei tage nichts bin dann hier am dienstag angereist nachmittags und bin abends einmal laufen gegangen es war nicht ganz zehn kilometer flottes tempo hoher puls das hatte sicher noch so ein bisschen was mit der reise und der akklimatisierung zu tun ging aber gut hat sich gut angefühlt in den wettkampfschuhen die ich tragen werde das war der dienstag am mittwoch bin ich dann früh los und habe einmal die komplette radstrecke abgefahren 90 kilometer mit dem schnitt der lag so irgendwo bei 35 tatsächlich bis ich hier kurz vor ort war wo da noch ein paar ampeln kamen und so da ging dann noch ein bisschen runter hat sich sehr gut angefühlt wollte mal gucken wie man so die steigungen paced und ja also das hat spaß gemacht die strecke ist nicht so ganz easy der belag ist sehr körnig aber das merkt man eigentlich gar nicht außer dass man es hört es sind jetzt keine großen schlaglöcher drin oder sowas es sind ein paar speed bumps drin das haben wir auch ausprobiert wie man die am besten fährt also die kann man auch wenn man ein po ein bisschen hoch nimmt in aeropositionen überrollen und ja sollte aufpassen dass man dabei nicht die flaschen verliert dazu gleich ja anschließend keinen koppel lauf glaube vier kilometer richtig zügig noch mal gucken alles in ordnung und am donnerstag bin ich dann noch mal ein stück auf die radstrecke gefahren aber nur so weit dass ich die beiden maßgeblichen steigungen noch mal ausprobieren konnte habe dabei sehr genau auf die leistung geguckt auf die wattzahlen also wenn ich in meinem bereich bleiben will falle ich um also so steil sind sie dann doch also ich werde dann mal hin und wieder so ein bisschen meine eigentliche wettkampfzone verlassen müssen um auch oben anzukommen und danach geht es dann wieder in die aeroposition und wird ordentlich gepaced ja und danach habe ich dann nicht mehr trainiert zweimal war ich noch schwimmen jeweils so 800 meter da geht es aber eher darum noch mal ein bisschen gefühl für das wasser zu bekommen wie sieht es aus wie schmeckt ich war nicht am original schwimmstart sondern also ja bei ungefähr einem drittel der strecke im wasser und das hat gereicht um gefühl zu bekommen vor allem gefühl dafür zu bekommen dass man sich doch ordentlich einschmieren sollte denn das salzwasser mit neopren das übt man ja nicht ganz so oft das kratzt schon ein bisschen ich habe mir das ganz leicht aufgesteuert am hals hinten aber das ist gut verheilt und ja wird schon wieder gehen ja und jetzt kommt die entscheidende frage was hat denn der frank in der ganzen woche gegessen also es geht jetzt um gummibärchen aber fangen wir vorne an ich bin mit der swiss geflogen als das essen ganz in ordnung unterwegs habe dann noch mal am airport in johannesburg gegessen habe also bis vorgestern sehr gesund vollwertig gegessen und ich muss sagen essen ist hier in südafrika richtig toll es ist eine super qualität egal wo man hingeht es sind nette restaurants es gibt eine tolle auswahl ja die südafrikaner ist auch gerne fleisch und es ist auch nicht teuer ja also essen gehen macht hier wirklich richtig spaß und ich habe hier noch einen essensgutschein da komme ich aber nachher zu frühstück gibt es hier im hotel man kann sich alles mögliche selber zubereiten lassen omelette und so weiter war jetzt natürlich die letzten tage dann nicht mehr so gefragt zumindest nicht bei mir denn ich bin ja doch ein verfechter des ordentlichen cabo loadings und mit ordentlich meine ich die cups stehen im vordergrund und der rest ist egal aber noch mal ein stück zurück in die woche ich habe euch von den trainings einhalten erzählt nach den trainings einhalten nehme ich immer ein regenerations shake das sieht im puren zustand so aus das ist das regi von caroline rauscher die mich in ernährungsfragen berät also ein weißes pulver was aus einer für mich abgestimmten menge von kohlenhydraten und eiweißen besteht und wo ich immer froh bin wenn mich im zoll niemand fragt was das eigentlich für ein weißes pulver in tüten ist was ich da ins land einführe aber man schmeckt das und riecht das sofort das ist was harmloses da ist kein geschmacksstoff gar nichts drin das ist die reine substanz so soll es sein alles andere stört nur süßstoffe sowieso nicht also das gehört da nicht rein es schmeckt dafür auch ein bisschen strange das regel schmeckt wie verbranntes karamell aber nach jeder einheit war das dabei und wird auch noch mal eine rolle spielen in woche ja ansonsten kohlenhydrate damit habe ich angefangen am donnerstag abend dass ich eben versucht habe alle anderen nährstoffe einigermaßen zurückzufahren und mich voll auf kohlenhydrate zu konzentrieren und diese kohlenhydrate in so einfacher form wie möglich und damit wären wir beim thema gummibärchen es geht darum in den tagen nein sagen wir mal andersrum am vorletzten tag des rennens ungefähr zehn gramm reine kohlenhydrate pro kilogramm körpergewicht zuzuführen das sind bei mir 800 gramm und am tag vor dem rennen also heute noch mal so fünf gramm pro kilogramm körpergewicht also 400 gramm und wenn man mal guckt wie viel kohlenhydrate wo drin sind dann muss man dafür schon ganz schön futtern ja also man könnte jetzt bergeweise vollkornbrot futtern und ganz viele ballaststoffe damit zu sich nehmen die irgendwo aber im darm kursieren und im zweifel zum rennstart noch nicht wieder raus sind das versuche ich eben zu vermeiden indem ich die kohlenhydrate auf das wesentliche reduziere und zwar kohlenhydrate in gummibärchen sind sie drin als zucker jetzt sagt der eine andere da explodiert ja der insulinspiegel das geht ja gar nicht nein das geheimnis liegt daran dieses kilogramm gummibärchen eben nicht auf drei portionen 300 gramm am tag zu verteilen sondern den ganzen tag permanent gummibärchen für gummibärchen zu essen ja ich war gestern abend schon noch mit den anderen deutschen hier in unserer schönen reisegruppe beim italiener nein es war gar kein italiener es war ein brauhaus wir haben kein bier getrunken wir haben auch da kohlenhydrate getrunken in form von traubensaft schorle und nudeln gegessen heute morgen zum frühstück und gestern auch zum frühstück gab es ein bisschen eingelegtes obst was glaube ich auch nur noch aus kohlenhydraten besteht und wenig vitamin und weißes brot mit marmelade also wirklich junk food vom feinsten ja die bösen carbs in diesen beiden tagen ist das erlaubt die kritik am insulinspiegel habe ich gerade schon entkräftet es geht um das permanente essen damit das alles auch schön sich einbaut in die leber und in die muskeln in die glykogen speicher wie gesagt man kann das ganze auch nachspülen mit sowas ähnlichem wie fanta fanta gibt es in südafrika nur ohne zucker jetzt kann man darüber streiten ob das gesund ist oder nicht für mich in diesem fall nicht zweckmäßig darum gab es mir rinder da ist wenigstens noch echter zucker drin kein kein fake was meine zähne dazu sagen wir auch eine große frage also regelmäßiges zähneputzen gehört natürlich auch an diesen tagen dazu und es sind nur diese zwei tage zweimal in diesem jahr ich werde danach auch auf absehbare zeit keine gummi bärchen mehr nicht mal angucken können glaube ich also es ist wirklich eine herausforderung permanent diese gummi bärchen zu futtern ja ich gucke mal ob ich nachher noch in den einfachen milchreis finde oder so irgendwie sowas was es in deutschland im supermarkt gibt ob es ob es das hier gibt um einfach ein bisschen abwechslung reinzubekommen aber ich werde keine große kein großes pasta gelage mit hühnchen und sowas drin machen gestern bei der pasta ich tue sowas ja selten also normalerweise ist mein teller immer blitzeblank leer ich lasse nichts zurückgehen in den müll das widerstrebt mir irgendwie gestern habe ich doch den rucola weggelassen weil ich weiß vom rucola den kann ich kaum wie ich will irgendwie bleiben da immer noch fasern die irgendwo kursieren und die ich nicht wieder sehen will ja so sahen also die tage vor allem gestern aus gestern mittag wir waren gestern ihr habt es vielleicht gesehen in meinem blog unter triemarkt.de imsa 2021 wir waren im addo elephant national park ein großartiges erlebnis waren mittagessen in einer lodge ich habe nur zwei portionen nachtisch gegessen die sehr ungesund und zuckerreich aussahen habe also das hauptgericht weggelassen und ja das geht mir gut ich habe nur angst dass das pickel gibt diese vielen kohlenhydrate naja damit ist ja auch dann heute abend schluss morgen ist renntag der beginnt mit für mich mit einem kleinen frühstück also ich werde schon noch einen kaffee trinken und zwei scheiben weißbrot essen mit super leckere orangen marmelade wo man so richtig die zuckerkristalle zwischen den zähnen spürt die ist wirklich sehr lecker hier und das ganze so ja ich glaube frühstück gibt es ab 4 start ist 6 uhr 10 wir haben schon gesagt wir versuchen mal ein bisschen eher darunter zu gehen und zu gucken ob die schon aufgebaut haben und dann gibt es bis zum start nur noch ein anderes weißes pulver nennt sich hydro ist das was ihr als elektrolyt getränk als sportgetränk kennt auch reduziert auf das wesentliche schmeckt sicher nicht so bunt und blumig und fruchtig wie die getränke von der stange sondern es ist wieder nur die reine substanz drin einfach um den den blutzuckerspiegel aufrecht zu erhalten immer schluck für schluck ein bisschen trinken und dann gibt es für mich traditionell zehn minuten vor dem start noch ein gel bzw so ein liquid gel was ein bisschen flüssiger ist es ist längst abgelaufen aber es ist auch nur zucker ein bisschen farbstoff und wasser schmeckt nach cola noch mal was anderes als salzwasser was es dann für die nächste stunde gibt und hat irgendwie tradition und wie heißt es so schön never change a winning team es hat immer funktioniert und von daher werde ich das auch morgen so machen dann geht es also ins rennen schwimmen wir wissen nicht wie lange es dauert ja also ich habe immer so gesagt schwimmzeit eine stunde netto plus bedingungsaufschlag wie die bedingungen sind morgen weiß ich nicht wenn die strecke kürzer wird dann ist es ein ganz anderes thema aber da tut man natürlich erst mal da tut sich ein energie defizit auf man schwimmt eine stunde macht die speicher in der lokalen muskulatur in den armen schon ein bisschen leer und darum werde ich direkt nach dem schwimmausstieg da wo die beutel liegen als erstes in den beutel greifen und mir einen zug aus diesem fläschchen genehmigen wo drin ist was momentan noch in diesem großen fläschchen ist die berühmte pampe von caroline rauscher das ist also wenn ihr euch das mal anguckt hier zähflüssiges ein zähflüssiger sirup besteht im wesentlichen aus glukose und fruktose ja wer es verträgt der kann zu der menge glukose die er über seinen darm ins blut aufnehmen kann noch mal 50 prozent fruktose addieren das klappt bei mir ganz gut wir haben das ausgetestet also das ist so die maximale aufnahmemenge 2 zu 1 verhältnis mehr fruktose geht dann auch nicht das hängt an den transportmechanismen da können wir jetzt weit in die physiologie einsteigen ich habe das ja mal alles studiert ist auch alles ein bisschen weit weg aber caroline rauscher hat dann mein volles vertrauen und der austausch mit ihr ist immer sehr sehr spannend und interessant und jedes mal sehr fruchtbar auch wenn es um fruktose geht also das ist mein das ist meine energie für einen armen also alles was in dieser flasche drin ist wie gesagt eine halbe portion ungefähr kommt in diese kleine flasche und wird direkt im wechselzelt reingedrückt dann ist schon mal erst mal wieder ein bisschen zucker im system und ich kann beruhigt aufs rad gehen auf dem rad habe ich sämtliche energie in flüssiger form dabei ich brauche also unterwegs nur wasser annehmen und was mir ganz gut gefällt es wird morgen so 23 grad warm das heißt ich werde doch deutlich mehr schwitzen als in hamburg ich kann also genug trinken denn diese glukose fruktose mischung die funktioniert natürlich nur wenn sie entsprechend verdünnt ist ja und das werde ich entsprechend vorbereiten ich habe an meinem rad drei tanks sagen wir es mal so hier im unterrohr ist ein 750 millimeter eine 750 milliliter fassende blase verbunden mit diesem strohhalm in diese blase kommen eineinhalb portionen dieser pampe das sind dann ich kann es euch ganz genau sagen 110 gramm zucker ungefähr ja die liegen hier im unterrohr das gleiche kommt noch mal in diese radflasche ja das heißt das ziel morgen muss es sein an den ersten speed bumps diese radflasche nicht zu verlieren erstmal diesen tank zu leeren wenn er leer ist mit eineinhalb portionen den inhalt dieser flasche in das trinksystem umzufüllen und die flasche zu entsorgen oder vielleicht schon eine wasserflasche aufzunehmen entsorgen darf man natürlich nur da wo es erlaubt ist das heißt wo auch der müll nachher weg geräumt wird also diese flasche geht nachher weg und wird dann gegen wasser ersetzt dann habe ich also eineinhalb portionen hier eineinhalb portionen hier und packe mir drei weitere portionen verdünnt in die euro flasche das ist also mein reservetank wahrscheinlich pack ich auch ein bisschen mehr rein es reicht ja so gerade diese eine große flasche ja auch das muss dann natürlich verdünnt werden weil hier ist es unverdünnt das heißt die strategie wird sein einmal unverdünnt austrinken noch mal unverdünnt austrinken und dann wasserflaschen zu greifen ins trinksystem zu füllen mit der pampe zu verdünnen oder man kann es auch so machen dass ja funktioniert beides dass man immer einen schluck aus der flasche nimmt da hat man ganz gutes gefühl dann wie viel pampe wie viel zucker man drin hat so im viertelstunden takt mache ich das in der regel und damit wasser nachzufüllen wahrscheinlich werde ich so machen man hat ja hier so ein kleines skala dran dass man sieht also hier sieht man dann den flüssigkeitsspiegel dass ich noch einmal ins trinksystem hier eine verdünnung einfülle mit wasser verdünne und dann anschließend immer noch schlückchen aus der aus der flasche nehme und wasser danach also das hängt so ein bisschen davon ab wie die verpflegungsstation sind alle 20 bis 25 kilometer soll das hier passieren man muss immer auf der sicheren seite sein natürlich dass man wenn man mal eine flasche verpasst der wasserflasche dass man immer noch über die nächsten 20 25 kilometer kommt also immer so ein bisschen vorausschauend fahren das was wäre wenn einkalkulieren es kann immer mal sein wie gesagt es gibt speed bumps es gibt wenige schlaglöcher aber wenn man die erwischt vielleicht ist so eine flasche mal weg und dann ist die große überlegung anhalten flasche aufheben ja aus umweltgründen schön wenn zuschauer da sind werden die das schon entsorgen oder eben weiterfahren und das risiko eingehen dass man irgendwo ins leere läuft das versuche ich zu vermeiden mit dieser gerade erwähnten strategie dann geht es auf die laufstrecke da habe ich auch pampe dabei und zwar hinten im trikot in einer solchen flasche da passen zwei portionen rein unverdünnte pampe bedeutet natürlich immer vor den verpflegungsstationen flasche aus dem trikot einen schluck nehmen einmal kurz das gesicht zusammenziehen weil es ist wirklich furchtbar süß es kratzt richtig im hals und dann ganz schnell danach wasser zu trinken darum immer vor den verpflegungsstationen dann ist man über die verpflegungsstation safe ja so im viertelstunden zehn minuten viertelstunden takt und dann versucht man eben da das ist so dann die geradwanderung die man gehen muss zu gucken wie viel vertrage ich von dem zuckerzeug im magen darm trakt beim laufen beim laufen geht es deutlich runter was so die verträglichkeit betrifft als auf dem rad wo man relativ stabile position hat und nicht so viel an sich selber rum rückelt ja wie gesagt beim laufen so ein bisschen fingerspitzengefühl vielleicht auch mal wenn man so das gefühl hat oh jetzt fängt der bauch an zu kneifen eine station auslassen ein leichtes risiko eingehen mal kurz ins energie defizit zu geben die nächste pampe kommt bestimmt und da mir das nicht reicht werde ich eine zweite flasche wahrscheinlich die hier ich habe glaube ich habe zwei davon dabei die zweite muss nach suchen ansonsten habe ich hier so einen beutel mit trinkverschluss da welche eine zweite nation in meiner selbstverpflegungstüte die einmal pro runde angelaufen werden kann aber auch nur einmal während des rennes da welche die zweite portion deponieren und dann mal gucken in hamburg bin ich mit dem einen fläschchen so gerade über den halbmarathon gekommen und musste dann in der dritten runde so ein bisschen hungern und nicht mit anderen sachen verpflegen um dann in der vierten wieder meine pampe dabei zu haben also ich denke mal ich werde nach zwei runden einmal kurz anhalten in die tüte greifen die flasche austauschen und bin dann safe bis ins ziel ja im ziel läuft alles ein bisschen anders hier wir haben ja immer noch corona auch wenn hier in südafrika relativ wenig davon nein man kann nein nein das ist falsch also es ist nicht wenig davon spürbar es wird hier sehr sehr genau und strikt gehandhabt an allen stellen restaurants und so weiter es wird maske getragen es ist alles so wie es sein sollte um die zahlen so gering zu halten wie sie sind also in deutschland inzidenzen von weit über 300 hier inzidenzen von unter drei und das soll auch so bleiben da wollen wir triadäden auch dazu beitragen da wollen auch die organisatoren zu beitragen dementsprechend wird es morgen so sein im ziel holt man sich seine medaille vom tisch holt seine vorgefüllte verpflegungstüte vom tisch und steigt in den shuttle bus und fährt dann direkt aus dem ziel zur wechselzone die ungefähr zwei kilometer entfernt ist um sofort sein rad aus zu checken und ins hotel zu gehen ja darum ist der start auch so früh hier gibt es eine ausgangssperre von mitternacht bis vier uhr morgens und zielschluss ist um 23 uhr man möchte wirklich das alles was armen betrifft von den straßen wieder runter ist bevor das nachher eng wird dafür gibt es aber als ersatz weil es eben kein großes zielbuffet gibt und auch keine pasta party gab und auch kein awards bankett am montag gibt gibt es einen gutschein über 300 rand bei einer auswahl von zehn restaurants und zwei kollegen aus unserer deutschen truppe leonie und kevin sind gerade draußen und versuchen irgendwo einen tisch für uns für unseren german squad morgen abend zu reservieren und da freue ich mich richtig drauf ich hoffe ich kann es dann genießen dazwischen liegt doch mal einmal wieder regi denn ja ich steige montag in den flieger natürlich ist das fenster für infektionen aller art nach einem solchen rennen nach einer solchen belastung weit offen das versuche ich ein bisschen weiter zu zu klappen indem ich schnell eiweiß nach dem rennen und kohlenhydrate zu mir nehme und auch abends noch mal den sogenannten schlafi das ist noch ein fieseres weißes pulver das ist wirklich also das ist wirklich das ist das schlimmste ja also karo weiß das von daher darf ich das auch so sagen das runter zu kriegen ist eine überwindung und das nimmt man auch erst kurz vorm schlafen damit man gar keine zeit hat mehr darüber nachzudenken dass einem ja schlecht werden könnte davon also das finde ich wirklich richtig furchtbar aber es sind noch mal andere eiweiße die über nacht besser verdauerlich sind damit ich montag dann auch beruhigt in den flieger steigen kann montag früh freue ich mich so richtig aufs frühstück es gibt fette omelettes ja und dann geht es nach hause und dann bin ich mal gespannt was dabei rauskommt ich freue mich total auf das rennen habe ich noch irgendwas vergessen was die ernährung betrifft glaube nicht wenn dann schreibt es in die kommentare fragt nach vielleicht antworten erst nach dem rennen ich werde jetzt so langsam mal mein fahrrad noch ein bisschen fit machen ich habe ein bisschen experimentiert dass da bin ich noch nicht ganz mit zufrieden ich habe hier meinen lenker noch mal verteilt ja also dem wind gar keine angriffsfläche geben das werde ich dann noch mal in der praxis ausprobieren wie gesagt da muss ich noch mal ran das ist noch nicht so ganz das wahre echte aber ja man wäre kein richtiger triathlet wenn man nicht noch irgendwas neu machen würde für das rennen oder alles andere liegt da hinten schon ja check in geht in eineinhalb stunden los oder in zwei stunden glaube ich habe noch genug zeit bin total entspricht entspannt naja ich habe zwei nächte gut geschlafen von daher das ist die halbe miete und den rest des tages werde ich mal irgendwie versuchen nicht zu nervös zu werden und das heute noch mal hier zu genießen den check in zu genießen noch mal einmal beim zieltor vorbeizugucken und ja mich auf morgen freuen weil das tue ich wirklich ich freue mich aufs schwimmen im meer die strecke sieht unendlich lang aus es geht ja letztendlich fast zwei kilometer geradeaus in eine richtung und zurück dass wer das mal auf dem wasser gemacht hat der weiß wie lang sowas aussehen kann ich hoffe es fühlt sich nicht so lang an wie es aussieht aufs radfahren freue ich mich so richtig 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 dolle ja es wird warm es wird windig es ist genau mein ding und da habe ich richtig richtig bock drauf also die strecke gefällt mir total super dann kommt das laufen da bin ich mal gespannt also ich habe so ein bisschen respekt vor den insgesamt acht anstiegen ja es sind vier runden zu laufen eigentlich immer auf der strandpromenade auf und ab aber an beiden enden geht es ordentlich hoch und das ja habe ich mir bisher nur vom rad angeguckt ja das wenn man wenn man den einen hügel da sieht das nötigt einem schon ein bisschen respekt ab da geht es eben darum und das ist ja voll meine stärke geduld zu behalten und nicht zu überpacen vor allen dingen weil es gleich am anfang mal einmal hoch geht da und ja da bin ich sehr gespannt wie sich das dann anfühlen wird und wie sich das auch vor allem dann in der dritten und vierten runde anfühlen wird ihr werdet davon hören ja folgt mir gerne im tracker morgen um fünf uhr zehn eurer steine eurer zeit ist der start wenn denn alles so bleibt dass wir 3,8 lm schwimmen dürfen und ja ich freue mich drauf also danke dass ihr mich über diese woche verfolgt begleitet und angefeuert habt das hat mir großen spaß gemacht und ihr hört von mir vielleicht noch mal vor dem rennen auf dem einen oder anderen kanal wie gesagt checkt immer mal auf tri-mac.de imsa2021 da gibt es meinen reiseblog da gibt es ein paar infos über land und leute und ja schreibt da gerne in die kommentare wenn ihr noch irgendwas wissen wollt wie gesagt vielleicht antworte ich erst danach also macht's gut ciao